O freut euch nun im Herzen, ihr lieben Christenleut, entzündet eure Kerzen in dieser frohen Zeit. Denn unser Gott ist nah, geht fröhlich ihm entgegen, sein Tun ist lauter Segen, die Freudenzeit ist da. Ein neues Lied, komponiert von Andreas Mücksch und der Text ist von Friedhelm Kasparig aus Halle. Und ich freue mich immer, wenn neue Lieder komponiert und gedichtet werden. Und deswegen habe ich es hier gesungen. Es ist ein Lied für den vierten Advent, aber es kann die ganze Adventszeit gesungen werden. So feiert nun im Stillen den göttlichen Advent, zu seinem Lob und Willen ein jedes Lichtlein brennt. So sei es. O freut euch nun im Herzen, ihr lieben Christenleut, entzündet eure Kerzen in dieser frohen Zeit. Denn unser Gott ist nah.